Musik In den heimischen Bergen könnte es bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 6 Grad wärmer werden. Experten sagen im Zusammenhang mit dem Klimawandel auch für die Alpen einen deutlichen Anstieg der Durchschnittstemperatur voraus. Damit verbunden sind starke Veränderungen des Lebensraums. Wissenschaftler rund um den Ökologen Florian Steiner untersuchen, wie eine alpine Fliegenart namens Drosophila nigros parsa auf höhere Temperaturen reagiert. Da Ausweichen in höhere Lagen nur begrenzt möglich ist, stellt sich die Frage, ob es längerfristig Anpassung durch Evolution gibt. Zunächst müssen die Forscher den Ist-Status in 2000 Metern Höhe dokumentieren. Also möglichst viele Informationen über den natürlichen Lebensraum der kleinen Fliegen sammeln. Ein Punkt, der für uns wichtig ist, wenn wir die Bedingungen, unter denen die Fliegen leben, nachahmen wollen im Labor, ist zu wissen, wie das Mikroklima an genau den Stellen im Lebensraum ist, an denen sich die Fliegen aufhalten. Unsere Idee ist herauszufinden, wo die Fliege sitzt, zu welcher Tageszeit und dann entsprechende mikroklimatische Faktoren zu messen, sprich Lufttemperatur, Substrattemperatur, Luftgeschwindigkeit, also Wind, Albedo, also Strahlung von oben. Und diese Bedingungen versuchen wir dann im Schrank nachzuahmen, im Klimaschrank, im Brutschrank, um möglichst nahe an die natürlichen Bedingungen im Labor heranzukommen. Der Klimawandel könnte auch die Fortpflanzung der Insekten beeinflussen. Noch ist unklar, wo die alpine Drosophila art ihre Eier ablegt. Um Erkenntnisse darüber zu erlangen, sammeln die Ökologen verschiedene Materialien, sogenannte Substrate. Dazu gehören Pilze, Beeren, abgestorbene Äste, aber auch Moose oder Baumrinde. Die Bandbreite umfasst auch etwas skurrillere Substrate, wie zum Beispiel Kuhfladen, die hier oben sehr häufig anzutreffen sind. Es dreht sich einfach darum, dass das Substrat höchstwahrscheinlich nicht etwas sein kann, was sehr selten ist, sondern etwas, was immer wieder vorkommt und was in einer verlässlichen Häufigkeit für die Flieger jedes Jahr anzutreffen ist. Dient zur Eiablage beispielsweise ein bestimmter Pilz, der bei höheren Temperaturen nicht mehr vorkommt, könnte mit ihm auch die Fliege verschwinden. Zurück am Institut werden die gesammelten Proben in den Labors der Ökologen untersucht. Pilz-, Moos- oder Kuhfladen werden für ein Experiment aufbereitet. Mit dem eingesammelten Substrat führen wir einen Versuch durch, wo wir den Weibchen dieser Fliegenart, Drosophila negrospasa, die Möglichkeit geben, sich das Substrat auszusuchen, das ihnen am geeignetsten erscheint, für das Heranwachsen ihrer Larven und ihrer Puppen. Wir haben da einen Wahlversuch uns ausgedacht, wo wir in einer zirkulären Anordnung 25 verschiedene Substrate anbieten, in drei Replikationen. In der Mitte lassen wir die Fliegen frei, in gleichem Abstand von allen Substraten, so dass wirklich die geruchliche Qualität dieser verschiedenen Substrate oder auch optische Qualitäten oder was auch immer die Kriterien der Fliegen sind, den Ausschlag geben sollten, auf welche Substrate sie die Eier am liebsten legen. Nach 72 Stunden im Brutschrank werden die Proben auf Fliegeneier hin untersucht. Das Hauptinteresse der Wissenschaftler gilt aber den Fliegen selbst. Wie werden sie reagieren, wenn es wärmer wird? Im Labor simulieren die Forscher den Klimawandel. Zehn Jahre werden dazu auf 20 Monate beschleunigt. Viele Generationen von Fliegen werden gezüchtet. Die Enkel wachsen dabei schon mit milderen Temperaturen auf als noch die Großeltern. Für die Zucht der nächsten Generation werden die Eier derjenigen Fliegen genommen, die Hitze besonders gut ertragen können, die also in der sogenannten Heat-Tube bei Temperaturen über 35 Grad zuletzt ins Hitzekoma fallen. Der Klimawandel vollzieht sich rasant. Die Fliegen müssen einiges aushalten können. Entsprechend diesem Worst-Case-Szenario steigt die Temperatur insgesamt über den Projektzeitraum um 2 Grad. Das klingt wenig, ist aber über so eine sehr kurze Zeit sehr viel. Wir wollen schauen, ob die Fliegen, die Drosophila Nikospasa, stellvertretend für eine Reihe von anderen alpinen Organismen, mit dieser raschen Temperaturerhöhung zurechtkommen. Ob sie sich durch schnelle Evolution anpassen können, das ist einmal die eine Frage, die wir mit der Heat-Tube klären. Eine zweite Frage ist, wenn ich mich anpassen kann, hat es Nachteile für mich oder meine Nachkommen in irgendeiner Hinsicht, wie zum Beispiel Eilegezahl, Eilegefähigkeit, Konkurrenzfähigkeit, Kälteresistenz, im Winter ist es auch nach wie vor kalt. Weil es könnte ja sein, auch wenn sich die Fliege anpassen kann, dass sie, weil sie weniger Eier legt, trotzdem so benachteiligt ist, dass die Populationen geschwächt sind und vielleicht einmal erlöschen. Die im Labor beschleunigte Evolution wirkt sich auf die Genetik der Insekten aus. Diese Veränderungen wollen die Ökologen sichtbar machen und vergleichen dazu die Gene von Zuchtfliegen mit den Genen ihrer natürlich vorkommenden Verwandten. Wie schlägt sich die bessere Temperaturverträglichkeit im Gencode nieder? Verändern sich Stoffwechselprozesse? Das Forschungsprojekt wird zeigen, ob die kleine alpine Fliege zu den Gewinnern oder zu den Verlierern des Klimawandels gehören wird.